ja hallo der eine hat die uhr so der andere so ich bin meiner meinung nach pünktlich aber denkt dran der stream ist ja ein wenig versetzt ihr wisst die ersten minuten die ersten minuten ein bisschen reinkommen ein bisschen schreibt mir was im chat ich antworte und dann habe ich euch was interessantes rausgesucht und heute wird es ein bisschen charttechnischer also wir haben ja die leichte technische analyse beziehungsweise die leichten technischen chartmuster haben wir das live video darüber gemacht und ich hoffe jeder von euch hat das gesehen und wir sind da so ein bisschen oder ich konnte ein bisschen was vermitteln was ich so nutze und was viele andere nutzen sollten oder zumindest mal drauf gucken sollten weil es definitiv interessant ist frisch gebügeltes t-shirt der kragen sitzt wunderbar so ich bin froh live sonntagabend ja ihr wisst alle morgen geht es wieder los die arbeitswoche beginnt deswegen sonntagabend schauen wir mal wie das interesse ist weil es ja im prinzip für die zukunft oder für die nächsten tage des bitcoins geht wie gesagt heute ein bisschen anderes chartbild und auch mein trading view hat sich ziemlich verändert im vergleich zu den letzten malen und ja ich bin froh da zu sein ich habe ja ganz ganz am anfang gesagt am anfang dezember war es ja dass wir so nach und nach den youtube kanal je nachdem wie so hier die background beziehungsweise die rückfragen oder die abonnentenzahlen sind bauen wir den youtube kanal aus und verbessern uns und beim letzten mal oder beim vorletzten mal live bei der technischen chartanalyse hatten wir das mikro oder hatte ich das mikro problem das habe ich jetzt gelöst wenn ich euch ja verrate was das war wahnsinn ich habe hier so eine an der maus so eine kleine taste da bin ich gegen gekommen und die war zum muten naja jetzt habe ich alles kaputt hier und die war zum muten des mikrofons ich habe mich im nachhinein so geärgert weil ich gedacht habe das kann ja nicht wahr sein naja heute war sehr interessanter tag ja heute war ein sehr interessanter tag ich war heute auch mal froh das handy dann irgendwann nach einer gewissen zeit also vielleicht hat es ja ein oder andere mitgebekommen ich werde dazu nichts direktes sagen vielleicht hat sich der ein oder andere gelesen in einem gewissen telegram channel nicht bei uns sondern wo es etwas hitzig heute aber sehr interessant aber dann ist man doch mal froh das handy einfach wegzulegen mit seinen kindern zu spielen oder raus zu gehen und einfach mal was anderes zu machen sehr interessanter tag heute ja und ich habe was interessantes vorbereitet mit wem habe ich geredet jascha weiß nicht was du meinst jedenfalls doch das mikrofon problem habe ich gelöst bzw wurde gelöst nachdem ich dann gecheckt habe woran es liegt und das nächste problem was dann war ich habe ja den abspann bzw den vorspann öfters mal eingespielt wo ich was anderes wollte weil ich mich verklickt habe das ganze haben wir nun auch gelöst weil jetzt haben wir hier so ein schönes streaming deck ich bin echt gespannt und habe mich richtig gefreut nachdem ich das ganze hier so eingestellt habe und jetzt wird es hier interessant richtig schönes ding hatte hier so der bitcoin preis in euro und in dollar film und cardano hier drauf aber leider sind heute die software abgestürzt und nichts mehr da naja aber sehr interessant also jeder der was mit streaming zu tun hat so als beispiel man könnte jetzt hier sagen ich mache das logo einfach aus und an richtig schön gefällt mir und gefällt euch denn die aktuelle bitcoin preislage ja ich glaube nämlich so geht aktuell vielen und ist es denn blöd wenn man vorher gekauft hat oder ist man von bitcoin überzeugt also ist es blöd wenn man vorher gekauft hat vor dem dip weil jetzt wäre es natürlich noch mal günstiger nein wenn man nämlich davon überzeugt ist ich glaube dann ist es egal welchen preis man kauft und die wissen alle dca also monatlichen beitrag damit macht man richtig gute sachen indem man immer wieder egal zu welchem kurs einkauft ist es doch ganz schön schön ja ich trinke was und dann würde ich sagen gehen wir mal los ja sonntagabend und sonntagabend ist der tag bevor es dann wieder in die woche geht und deswegen sage ich willkommen zum letzten abend bevor wir wieder arbeiten müssen jo und damit ins video hallo liebe kryptonauten natürlich hallo liebe zuschauer und ich hoffe ihr seid nun alle auch kryptonauten so dass ich das hallo zuschauer weit weglassen muss kommt gerne unsere gruppen kann es nur erwähnen und denkt immer dran an alle neuen abonnenten hier tut sich ja gerade richtig viel auf dem kanal kommt gerne unsere gruppen und schaut euch bitte das video an wer oder was sind die kryptonauten weil ich glaube dann wird vieles klarer weil ich werde immer ich angesprochen du 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 aber ich bin ja nicht kryptonauten also das nur als hinweis kryptonauten sind alle die hier im chat sind die blau sind das ist das team der kryptonauten die in dem fall die moderatoren und deswegen ist es sehr interessant ja heute möchte ich ein bisschen über bitcoin reden weil ich glaube dieses thema bitcoin haben wir in letzter zeit ziemlich vernachlässigt es ging ja viel um andere coins und um meme coins und um twitter tweets und ja ihr wisst es alle ne thema hier wake up baby new elon tweet oder dogecoin tweet in dem fall sogar ja dieses ganze thema ja gehen wir mal auf richtige thema und das richtige thema im kryptomarkt ist die mutter aller kryptos ist natürlich der bitcoin bitcoin die leitwährung der krypto zumindest sollte man das oft so sehen auf der welt ist es dollar und im krypto bereich sollte man immer den bitcoin als leitwährung sehen also wenn du andere kryptos kaufst solltest du immer den gegenwert in bitcoin rächen nur so als kleiner tipp machen wir demnächst aber auch mal und gehen darauf mal ein so was habe ich vorbereitet ja also heute ist der trading view chart bei mir total unübersichtlich also wenn ich euch den gleich zeige kann ich euch sagen wahnsinn ich da alles eingebastelt habe zuerst würde ich sagen wir fangen einfach mal an mit der app und schauen mal was so passiert ist jetzt habe ich hier drauf geklickt wollte ich nicht keine werbung wir sehen hier ist ziemlich was passiert für den bitcoin 7,6 prozent allgemein das market cap um acht prozent nach unten gegangen bitcoin auch in die richtung von acht prozent ethereum sogar um neun prozent selbst cardano musste jetzt mal drunter glauben wobei wir dran glauben wobei wir die letzten tage etwas gut waren mit cardano würde ich mal sagen ja jetzt muss natürlich auch die beiden chain ran natürlich alles was hoch gestiegen ist in der letzten zeit muss natürlich jetzt mit runter wenn die leitwährung sinkt nehmen ist hier so als ausnahme aber auch unser freund der dogecoin weil kein elon tweet kommt können wir das so sagen ich glaube das können wir so sagen wenn nämlich einer kommen würde könnte es genau in die andere richtung laufen ja schauen wir auf den gesamten tag einfach nur mal kurz einen überblick zu finden ihr seht selbst hier bei den gewinnern des tages sind auch rote weil sie so wenig verlust haben dass sie schon als gewinner angezeigt werden ja ist interessant zu beobachten und sollte man immer drauf gucken wie gesagt in den letzten tagen war es ja so dass wir dass wir ja ich zeige euch dass es genau so aussah habe ich bei twitter rausgesucht und das ist mein bitcoin portfolio und cardano ja hat uns alle rausgezogen so bevor wir in das tradingview reingehen würde ich sagen ich zeige euch mal das hier das kam heute beim btc echo um 16 uhr war sehr sehr interessant ich möchte gar nicht auf den artikel eingehen aber ich denke mal nicolas nikol jansen nikola jansen so den kennt wahrscheinlich jeder den bitcoin piraten spätestens nach seiner galileo reportage bei pro 7 glaube ich ist er sehr bekannt würde ich sagen ja ich möchte kurz auf die aussage ganz hier unten eingehen weil ich glaube sowas interessiert uns ja alle was so jemand sagt zum thema bitcoin kurs und er hier ging es noch um das thema 42.000 dollar ich glaube da sind wir ja drüber brauchen wir nicht drüber reden aber um es kurz zu machen hier unten steht markiert euch damit ihr wisst wo ich bin um es kurz zu machen ende 2021 rechne ich mit mindestens 60.000 us dollar und 2022 mit einem mit sechsstelligen zahlen ja jetzt muss man überlegen sechsstellige zahlen 2022 wenn wir jetzt zurückdenken was ja der bitcoin gemacht hat bitcoin war ja in so art zyklen unterwegs sage ich mal alle vier jahre nach dem halbigen in der regel ende des jahres ging es dann zur sache und ja so ist es ja fast hier wir sind jetzt ein bisschen weiter ne tschuldigung das war falsch ein jahr nach dem halbigen ging es dann nach oben so rum ist richtig tschuldigung was mit dem halben jahr war was anderes und ein jahr nach dem halbigen ging es dann los und genauso da sind wir jetzt auch so dass wir sagen ein jahr nach dem halbigen geht es los wobei wir diesmal sogar etwas früher unterwegs sind muss man überlegen ist es das schlimm dass es jetzt früher losgeht kann es dadurch früher enden oder nehmen wir solche aussagen weil wenn man diese aussagen nimmt geht es ja wahrscheinlich sogar weiter wie dieser zyklus und ich kann mir vorstellen dass der herr nikolai jansen eher davon ausgeht dass es ein super bull markt gibt und wahrscheinlich nicht runter geht und das ist die große frage das weiß keiner und das sollte man definitiv im auge behalten ob es wieder so wie 2017 oder 2018 ist dass es dann hoch geht und dann wieder ganz krass fällt oder geht es aktuell nur hoch und wir sehen wahrscheinlich diesen tiefpunkt dieses jahr nicht mehr weiß ich nicht kann ich nicht beurteilen es gibt da komplett unterschiedliche meinungen ich weiß nur für mich und die roten augen sind aktiv und die 100.000 gehe ich mittlerweile auch stark von aus so jetzt ich war euch vor jetzt gehen wir ins trading view mein trading view hat sich sehr krass verändert also ihr werdet jetzt in ein wirrwarr geraten achtung also bevor ich jetzt da reingehe sage ich noch mal an dieser stelle ballert eure fragen rein ballert alles was ihr habt ich bin bis circa 21 15 habe ich geplant danach habe ich noch einen termin bin ich für euch da haut alle fragen rein ich gehe nach dem vortrag beziehungsweise nach dem was ihr jetzt gleich seht gehe ich auf alles ein was ihr wissen möchtet oder wo ich helfen kann machen wir so wenn ihr mit irgendwelchen uniswap dingern kommt ich nix defi ganz wichtig nix nix ich nix die fall sollte man über mich wissen wenn man hier zuguckt ja wie gesagt trading view ich habe euch gewarnt es geht los achtung ich sollte mich weg machen ja ich habe euch gewarnt wie gesagt es ist ein wirrwarr hier passiert in meinem trading view in dieser stelle muss ich sagen vielen lieben dank martin das ganze ist durch martin entschuldigung durch martin entstanden ich muss euch jetzt ein bisschen was erklären was hier passiert ist also wir haben hier einen regressions kanal ihr seht wir sind hier ausgebrochen wenn man das ganze jetzt ein bisschen raus das ganze ist schon mal etwas passiert und dass es war hier ist das ganze schon mal passiert könnt ihr das auch im daily zeigen ist vielleicht ein ne ist nicht einfach es ist gerade da durch diesen regressions kanal ein riesen wirrwarr entstanden ja so hier ist das schon mal passiert und hier seht ihr dann diese ganzen linien dass die auch ein bisschen sinn ergeben hier haben wir gewisse linien wo wir schon mal dran getestet waren hier waren so mehr linien wo wir schon mal dran waren und so weiter gehen wir kurz darauf ein also zum aktuellen machen wir es größer zum aktuellen ich hatte hier eine aufsteigende trendlinie nach oben gezogen diese habe ich also aufsteigende trendlinien nur ganz kurz zu erklären verbindet man immer mit zwei tiefpunkten in dem fall habe ich wirklich nur diese zwei tiefpunkte genommen ich habe das beim letzten mal alles raus gelöscht um die sachen zu erklären und diese zwei tiefpunkte habe ich nur verbunden und dann seht ihr was hier passiert ist immer wieder an diese linie ran und jetzt sind wir natürlich etwas runter ein bisschen korrektur und dann habe ich eine abwärts trendlinie gezeichnet diese habe ich mit diesen zwei punkten verbunden und ich habe vorher versucht diese zwei punkte aber da sind wir komplett raus gegangen ich glaube dann werden wir hier irgendwo ja jetzt habe ich das mit denen verbunden jetzt sind wir gespannt was passiert ich seht ihr den regressionskanal hier ist die schöne mitte wir waren schon mal drüber jetzt ist die große frage wo bumsen also fallen wir hin jetzt ist die große frage weiß man nicht also ich habe zum schluss und das habe ich zum schluss etwas ganz ganz interessantes was ihr euch definitiv anhören solltet also kurz dabei bleiben ich verspreche euch so ewig mache ich hier nicht mit meinem vortrag und dann seid ihr im chat drin im chat dran wir sind jetzt leider unter die support linie gefallen von 44.000 jetzt können wir mal hingehen und machen die mal die war vorher grün und ist dadurch dass wir runter sind ist die ins rote weil aus support wird widerstandslinie so jetzt nehmen wir das als unsere support linie und jetzt ist wichtig wo man ein bisschen drauf gucken sollte dass wir nicht unter 42.000 kommen also ihr seht wir haben hier noch ein bisschen spielraum im regressionskanal bei 41.300 wie gesagt das ganze sehr sehr technisch was ich heute erzähle also ihr solltet definitiv wenn ihr euch das hier angeguckt andere märkte beobachten weil im moment der aktienmarkt sehr interessant ist was da passiert aber wir wissen alle sonntags ist immer so ein kanal ja ich würde nicht sagen immer aber oft im sonntag am sonntag geht es etwas runter das ganze hat in unserer whatsapp gruppe heute kubi auch gut angesprochen und 100 prozent ist nicht immer garantiert dass sonntag runter geht aber im großen ganzen das kann man immer gut beobachten dass sonntag so ein tag ist wo es etwas runter geht also wie gesagt 42.000 ist im moment so eine so eine linie die ist sehr wichtig dass wir da nicht runter fallen weil sonst ist hier im regressionskanal alles nach unten offen weil der kanal bringt dann nicht mehr viel also wie gesagt es ist hier gerade sehr großes wirrwarr ich hoffe dass wir hier die widerstandslinie wieder durchbrechen und auch hier diese trendlinie das werden die nächsten tage zeigen ich würde sagen das sehen wir am besten wenn das obv das um balance volumen wenn das jetzt steigen würde und ihr seht hier steigt er gerade aber es wird ja auch schon ein bisschen rot einfach die nachfrage sollte jetzt kommen damit es wieder nach oben geht das ist jetzt ganz wichtig für den markt und ja wie gesagt am besten gehen wir hier drauf und laufen wieder zur mitte das wäre das beste was passieren würde wie gesagt ich habe gesagt ich mache es nicht so lange mit absicht aber nur um diesen kanal mal zu zeigen und deswegen wollte ich den unbedingt von martin haben wie ihr seht der kanal ist seit dem ersten november wirklich top am laufen hier mal ganz kurz drunter wir sind im vier stunden chart also wenn wir das im daily machen äh sind wir da minimal drunter und minimal drüber ähm müssen wir wieder auseinander ziehen ähm so ja der tradingview ist schon eine sache für sich ich sag's euch wenn man da mal falsch äh macht so gibt es auch tastenkombinationen ich sollte mir die mal anschauen wenn ihr das hier seht der kanal ist bombe also wirklich ich habe zu martin gesagt martin ich muss diesen kanal haben weil er einfach super alles angezeigt hat ähm diesen kanal hat martin noch öfters verbreitet also wie gesagt sehr sehr interessant so wo drauf ich eigentlich hinaus will und ganz wichtig für euch ist ihr solltet euch also erstmal die indikatoren ich hoffe ihr habt die verstanden hier seht ihr ja welche ich benutze der rsi ihr seht läuft wieder komplett ins neutrale machen jetzt mal alle auf der obv das obv ist im tageschart immer noch im abwerten abwärtstrend und der macd ist im tageschart auch mittlerweile im abwärtstrend so aber ich habe ja klipp und klar gesagt wenn man so eine analyse macht immer den vier stunden start und den tageschart vergleich ich habe das eigentlich schon vor einer woche ähm in einem kleinen in einer kleinen chat gruppe gesagt und ich wollte das auch gerne hier präsentieren aber da war die chartanalyse die news hier war so viel dazwischen ähm wichtig oder was ihr jetzt beachten solltet kann ich jedem empfehlen legt ein augenmerk auf den macd und zwar machen wir das ganze mal kurz weg im wochenchart schaut euch das mal an ich glaube da wird das ganze verständlich und zwar wir befinden uns in der woche vom 12 oktober bis jetzt im aufschwung und jetzt kommt so ein kleiner knick rein ihr seht wir haben hier ein spiel das ist wahnsinn machen wir das ganze mal groß wir haben hier noch ein riesen spiel und ich glaube und das sollte jeder verständlich sein wenn der macd nicht ins bärische zieht auch wenn wir so einen ja eine ja korrektur jetzt haben sollte das ganze weiter nach oben gehen also beachtet wirklich den macd trendfolge indikator im wochenchart das ist wirklich mein tipp den ich jetzt jedem mitgeben kann weil ich kann mir vorstellen dass vielleicht der eine oder andere schon gesehen habe wenn wir das ganze mal weitermachen obv und rsi dazu zählen ihr seht hier auch der rsi war am wochenchart die ganze zeit oben die ganze zeit und jetzt ging er erst runter also diese abkühlung ist immer noch ziemlich krass für viele zu sehen wie weit es runter ging aber ich glaube spätestens bei so einem ding wo wir wissen ab 70 sind wir überkauft eine überkaufte zone ein überhitzter markt kann man auch sagen und jetzt gehen wir in die neutrale zone so dass das ganze ein bisschen abkühlt ich glaube dann wird das ganze verständlich für jedermann dass wir eigentlich gar nicht so einen krassen abfall haben sondern eine nötige korrektur das kann ich euch wirklich nur auf den tipp geben diese zwei indikatoren sind wirklich gold wert obv ist ja nur was so reinkommt also diese zwei indikatoren sind wirklich für viele viele sachen wirklich gold wert und so kann man auch immer hingehen ist es eine korrektur ist es ein abverkauf ist es sonst was irgendwas ganz fieses und ich sage euch und das kann ich wirklich nur jedem als tipp geben wenn die wochenkerze also der mac die in der wochenkerze bearish wird also wirklich dass das hier sich dreht der trend dann ist was im busch so kann ich es euch nur mitgeben und das kann ich euch wirklich nur empfehlen beachtet das wochenkerze ihr seht ja wie krass das hier runter geht aber ihr seht ja auch der kanal in der wochenkerze hat das sich ja noch ein bisschen ändern der hält immer noch wunderbar es ist ein mega kanal der ist vom ersten november gezogen bis jetzt immer zum aktuellen kurs mega mega interessant und das wollte ich euch mitgeben und zeigen und ich hoffe ich hoffe hoffe dass ihr da was mitnehmt und auf sowas augenmerk in zukunft legen könnt und dann für euch selber entscheidet ist es ein ja wie soll ich sagen ein schwerer abverkauf oder ist es vielleicht einfach nur eine nötige korrektur also das ist wirklich mein tipp den ich jedem geben kann und wo ihr es selber einschätzen könnt denkt dran tradingviews kostenlos jeder kann es benutzen jeder kann den bitcoin chart aufmachen ich bin ja hier jetzt bei coinbase könnt ihr ja sonst was bitcoin us dollar bitcoin us t könnt ihr sonst was aufmachen und immer das ganze hier oben bei indikatoren rsi macd und balance volumen könnt ihr euch alles angucken mein tipp und jeder der die indikatoren verstehen will oder möchte wissen was sie sind schaut mein live video von letzter woche freitag was glaube ich da erkläre ich die indikatoren etwas intensiver und habe mich da eigentlich auch ganz kurz gehalten und in diesem sinne darauf solltet ihr achten und jetzt bin ich voll bereit ballert mich mit euren fragen zu ähm schauen wir währenddessen hat hat mr elon was getwittert gehen die kurse wieder nach oben hier elon ist schon gespeichert so krass ist es schon mittlerweile hat er auch wieder add elon mask drin ne also ist nichts weiter gekommen ist im moment nichts am start aber vielleicht ja morgen und dann wir müssen alle elon tweet aufpassen also nichts gekommen interessant aber wie gesagt bitcoin die mutter aller kryptos und ich denke mit diesem mac die im wochen chart sieht man dann etwas mehr genau es ist noch mehr zu beachten das volumen zwischen 32 und 36.000 sehr dünn ist genau ähm da sprichst du was interessantes an und zwar das können wir uns auch noch kurz angucken sehr schön mike ähm indikatoren volumen volumina schauen wir uns das ganze an ja das ganze volumen ist nämlich natürlich wenn es runter geht natürlich auch sehr gesunken aber ja ich weiß ganz genau was du meinst mike ähm volumen lass mir mal gucken ne das kann ich hier nicht so anzeigen ne das geht nur mit premium ne ok ja das volumen ist etwas rückfällig und rot ich meine ist klar wenn das rot ist ist es auch rot ähm sollte man sich definitiv angucken sehr guter einwand mike ja also wie gesagt das ist es ähm aktuell kann ich nochmal daily haben wir den vier stunden vier stunden der kanal der kommt wenn man rauszoomt dann sollte denn der kommen ähm wie gesagt wichtig die 44 als widerstand sollten wir übertreffen und wie ihr seht haben wir gerade gemacht ähm ja ist doch was getweetet worden habe ich was verpasst nein also wie gesagt wir sind im moment in einer schönen zone 44 ist ganz in ordnung wir sind noch nicht am ende des trennkanals und deswegen ist das ganze sehr sehr interessant so ich hoffe ich kann damit ein bisschen helfen und ähm ja jetzt wie gesagt ihr könnt alles raushauen was ihr wollt und an aus wie machst du denn an aus kann ich dir zeigen erstmal tommy hi ähm Leute wer hat noch heute nochmal in ADA investiert ja Cardano ich weiß gar nicht wo stehen wir ich kann es hier leider nicht mehr sehen wo hängen wir denn wir hängen bei einem dollar eins ja könnte man vielleicht nochmal nachkaufen aber ist halt die große frage was passiert morgen ne morgen kommt ja das große update ja ähm wie mache ich den schönen roten blauen balken an und aus kann ich dir zeigen also an also aus ist ganz einfach du klickst irgendwo drauf und dann könntest du hier auf Müll drücken ich will den jetzt nicht weg machen und an würdest du den hier unten machen wenn du hier bei der Trendlinie also hier ist ja immer standardmäßig Trendlinie oder jetzt in meinem Fall die orientale Linie ist hier eingefügt und hier unten findest du den Regressionskanal du suchst dir einfach irgendeinen ja die ist nicht kostenlos genau ähm irgendeinen Punkt also in dem Fall war es der 1. November bei ca. 12.000 also wenn ihr den nachzeichnen wollt 1. November ca. 12.000 und dann ziehst du den auf den aktuellen Kurs einfach wirklich auf den aktuellen Kurs drauf ziehen hier und dann kommt hier der Regressionskanal komplett von alleine vom 1. November bis jetzt und der ist super also Martin top gezogen und den wollte ich gerne weitergeben mit Martins Erlaubnis natürlich und ja ich hoffe ich kann euch damit wirklich was zeigen weil der wirklich geil ist und ja was soll ich weiter dazu sagen bei eToro bei eToro habe ich 2,9% Spread ja krass eToro nützlich definitiv auch seitdem die Krypto haben aber schon ja hoch aber ich meine Cardano wie gesagt wir sind ja morgen ein bisschen sehr gespannt ich weiß Cardano ist gerade so in aller Munde auch bei uns in der Gruppe immer wieder ein Thema ich schreibe so viel über Cardano ja Cardano ist einfach ein geiles Projekt und was dahinter steckt und aktuell haben sie ja Bomben News immer wieder deswegen ist das natürlich auch immer verwende ich ist das immer wieder ein Thema um den da zu beenden ob ich Fibonacci Retracement auch benutze ja die Fibonaccis hatte ich mal eine Weile drin aber ganz ehrlich ich arbeite wirklich mittlerweile hauptsächlich mit diesen MACD RSI Dingern weil ich da wirklich ein super super gutes Gefühl mit habe und diese Trendsachen OBV ist wie gesagt nur so ein dritter um noch so ein so ein drittes da zu haben aber der MACD ist wirklich geil also hab ich am Anfang nur gedacht so ja Trend kann ich im Nachhinein auch ein zeichnen in Trend aber er zeigt wirklich frühzeitig und du siehst ja hier es ändert sich ja wirklich je nachdem wo ich hingehe ähm ändert sich das ganze ja du kannst wirklich sehr gut Sachen erahnen und das ist halt so krass ne wir sind im Daily dann gehts nach unten und im Weekly sind wir nur noch oben also das ist schon irgendwie bescheuert ne aber hier oder wie man hier im Wochenchart wunderbar erkennen kann wir sind hier krass hochgegangen im RSI wir waren die ganze Zeit überhitzt und jetzt erholen wir uns was wir sind immer noch wunderbar an diesem Trend Kanal jetzt schauen wir nur was meine tolle Linie hier die ich selber gezogen habe die wir hier im Daily sogar voll drüber sind also im Daily war die nichts wert die rote Linie obwohl hier die zwei Punkte wunderbar verbunden sind aber im 4 Stunden Chart ist die dann schon ein bisschen mehr wert aber das ist halt das äh was ich immer sage je nachdem wo du den Chart änderst äh hast du halt komplett andere Ergebnisse also ist halt schwierig vorher zu sehen wo das ganze hingeht aber allgemein ist es ja auch so Vorhersagen nur durch reine Chart Analyse ist halt sehr sehr schwierig also man muss da wirklich sagen wenn du hingehst und es kommt jetzt ein Black Swan Event durch uns gegen irgendwas wenn wir jetzt hier aus Jux und Dollerei einfach mal schauen was machen denn die anderen so ähm Apple ist ein bisschen grün gewandert Tesla geht die ganze Zeit nach unten nach dem Bitcoin Investment ähm ja man muss einfach auch die anderen Märkte definitiv beobachten das ist immer ganz 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 wichtig meiner Meinung nach weil wenn sich etwas sehr rotes und ihr seht ja hier die Aktienmärkte sind ja schon etwas rot ähm oder Goldpreise ist hier unten auch noch ähm sind ja schon in die rote Richtung und wenn da jetzt krasse rote Zahlen kommen ich meine hier plus 0,8 das ist ja ein Witz ne ich meine sind nicht so krasse volatile Märkte wie ähm der Bitcoin muss man ja ganz klar sagen also hier steht nicht einfach mal plus 20 Prozent da muss was krasses passieren ähm ich meine wir haben es ja gesehen bei Biontech nehmen wir das mal als Beispiel dass Biontech nachdem der Impfstoff rausging so krass ging das jetzt auch nicht nach oben das Beispiel wenn ja Bitcoin jetzt sagt äh äh wir machen nur noch 20 Millionen kannst du dir vorstellen dass der Bitcoin Preis natürlich nach oben schießt einfach mit der Aussage könnt ihr eigentlich auch mal wieder auf mich auf mich zeigen ne den Chart habt ihr ja jetzt gesehen die roten Bäckchen kommen die Heizungen und dann ähm wenn jetzt der Bitcoin klipp und klar sagen würde wir würden das total Supply einfach ändern indem wir sagen wir machen jetzt 20 Millionen wenn alle dafür sind machbar ist alles theoretisch 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 praktisch glaube ich da nicht dran äh könnt ihr euch natürlich vorstellen dass es da sehr krass nach oben gehen und ja so ist das halt ähm Black Swan Event auch noch so ein Thema wir hatten ja das Corona Event wo dann ähm Aktien komplett abverkauft wurden und ähm Bitcoin ist halt solange es unter den ähm eine Billion beziehungsweise eine Milliarde Milliarden ja in Deutsch eine Milliarde ist ist es halt immer noch ein Risikoinvestment und da wir ja im Moment so ein bisschen da bouncen bei der 1 Billion beziehungsweise eine Milliarde ähm aktuell ja sogar 800.000 nur also 800.000 Millionen ist ja schon viel aber unter der eine Milliarde sind ist es halt immer noch ein Risikoinvestment und man müsste Bitcoin aufstufen sodass wir ein Black Swan Event in den Aktien auch überleben würden weil wenn in den Aktien stark was passiert äh ich sag mal ich bin jetzt ein Unternehmen ich bin jetzt X7 Unternehmen ne ne ich bin jetzt ein Unternehmen toller Typ ähm und ähm ja und ich muss einfach was verkaufen weil die Aktien runtergehen bevor ich meine Aktien verkaufe bin ich gezwungen mein Risikoinvestment abzugeben und das ist dann halt in dem Fall Krypto beziehungsweise Bitcoin Tesla hat ein Problem mit ihren Produkten ja Benjamin habe ich auch gelesen ähm Tesla mit A übrigens ähm Tesla hat das Problem mit den Produkten ja Tesla wir wissen ja alle Tesla ist ja nicht wirklich profitabel schon die ganze Zeit sie werden ja eigentlich nur gestützt mit mit Geldern und so weiter ähm die Ausgaben sind so krass ich weiß man hat zwar krasse Rücklagen aber ja Tesla ist ist ein Thema für sich ne Tesla ist definitiv die Zukunft würde ich sagen Elon Musk mit seinen Firmen allgemein ist die Zukunft würde ich behaupten egal ob es halt die Raketen sind in dem zum Mars wo man dann neu leben möchte oder was weiß weiß ich was man oben machen möchte in der Telegram Gruppe habe ich ja da mal einen anderen Ansatz äh zugeliefert oder äh ob es halt mit seiner dritten Firma der Name fällt mir gar nicht ein bevor ich jetzt wieder mit Mist sauber ähm ähm wo es dann klipp und klar die ähm Chips für die Gehirne sind wo man dann im Prinzip den Human also den Menschen verbessern will durch Technik ähm er wird die Zukunft definitiv bestimmen da bin ich persönlich mir sicher also jeder der sagt Elon Musk ist ein Spinner weil er jetzt in Bitcoin investiert hat ich meine Medien machen ja sowas gerne ähm muss er keine Quellen nennen ähm man sollte halt überlegen was er schon in der Welt gebracht hat und was Tesla definitiv mit ihren Autos bewegen wird selbstfahrende Elektroautos ähm das Thema ist halt Elektroauto ich bin auch jemand der nicht so der beste Freund ist ähm ähm ich bin auch nicht so der Freund von Elektroautos ich muss mich mal manchmal sortieren weil ich hier was lese und dann bin ich raus ähm ähm ich bin auch nicht so der beste Freund von Elektroautos weil ich gesagt habe geht viel zu schnell und auch das Thema Wasserstoff und Gas und was wir da noch für andere Möglichkeiten haben aber man muss halt auch mal über den Tellerrand hinaus sehen und das ist wirklich sehr sehr interessant also ich habe ja auch am Anfang auch gesagt ja warum nicht in Wasserstoff viele investieren doch in Wasserstoffaktien aber mein mein neues Hobby so nenne ich es mal ist es wirklich wenn du was über Deutschland und äh andere Länder erfahren musst willst darfst du nicht die eigenen ähm die eigenen äh Medien lesen also das heißt wenn ich in Deutschland ARD und ZDF gucke bringt mir eigentlich nichts weil die sagen eigentlich nur das was ich als Bürger hören will ähm und deswegen äh schaut euch andere Medien an also wirklich Medien aus Amerika zum Beispiel sehr interessant oder auch China chinesische Medien die kann man ja in Englisch äh anzeigen lassen die Artikel ähm die berichten wirklich ganz andere Sachen über Deutschland und das ist immer sehr interessant zum Beispiel Wasserstoffaktien beste Beispiel wie gesagt ich möchte auf das Thema Elektroauto noch kurz was sagen ähm weil ich da immer eine sehr interessante Diskussion habe mit einem Elektroauto Befürworter der liebe Grüße Lukas ich freue mich immer auf die Diskussion müssten wir eigentlich nochmal wiederholen ähm und zwar Elektroauto ist ja so äh Wasserstoff äh ist ja das was hier in Deutschland viele sagen ähm das ist die Zukunft und so weiter aber jetzt müsst ihr mal nach Amerika gehen oder nach China und da erwähnt ihr mal Wasserstoff ich kann euch genau die Antwort nennen was willst du denn damit und wenn du dann überlegst ja Moment hier äh sprechen doch alle von Wasserstoff alle äh investieren bei Ballard ne so heißt ja die große amerikanische oder kanadische äh Wasserstofffirma und das ist wirklich krass in den anderen Ländern ist dieser Wasserstoff Hype so wie ich ihn jetzt nenne nachdem ich das erfahren habe ist gar nicht da Wasserstoff ist wirklich nur in Deutschland beziehungsweise in Europa und das ist echt krass also wirklich ich war echt verblüfft als ich das mal in Amerika oder mit meinem Kontakt ich habe einen Freund in Amerika sitzen der arbeitet sogar für eine Zeitung äh liebe Grüße keine Namen ähm und wir haben gesprochen und dann sagt er ja was investieren eigentlich in Deutschland an Wasserstoff ich sag wie kommst du denn darauf ja frag mal hier in Amerika es interessiert keinen also es ist echt interessant so und warum Elektroauto kurz mal ganz kurz einfach nur mal interessanter Halb äh 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 aus Interesse vielleicht falls das jemand interessiert warum warum ist das Elektroauto so viel besser wie der wie der Benziner der Verbrenner ähm das ist echt interessant also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und der der ähm der verbrauch der Energie weil alles ist ja Energie Bitcoin entsteht durch Energie und äh Bewegung erzeugt Energie und so weiter also im Prinzip wir rennen verbrauchen Energie und ihr kennt das alles das Thema Essen, Energie, Verbrennung und so weiter ähm und ein Verbrenner verbrennt ja Energie und wie viel Energie mal kurz eine Quizfrage ich weiß ihr seht das hier erst circa äh äh bisschen später hier äh bis ich das ausgesprochen habe ähm wie viel Energie verbraucht denn ein Verbrenner und wie viel Energie geht verloren also ich habe mich damit beschäftigt also wenn es jemand weiß wie viel Verbrenner äh wie viel Energie geht verloren bei einem Verbrenner also bei einem Benazinauto als ähm im Vergleich zu einem Elektroauto zum Beispiel also ich kann nicht sagen ein Elektroauto hat 90% Energie Verbrauch also wirklich 10% gehen nur verloren wir könnten auf 85 sein da streiten sich immer viele drum es kommt immer ein bisschen aufs Modell an aber wie viel Energie wird denn verbraucht beim Verbrenner was gar nicht genutzt wird also das ist wirklich interessant ihr könnt ja mal einfach mal Zahlen reinstellen also 50, 60, 70, 80 ihr könnt ja irgendwas reinstellen oder auch 20, 10 was euch einfällt einfach mal aus Spaß eine Zahl reinschreiben äh und äh vielleicht wird der eine oder andere recht haben und der andere wird sagen oh Gott so viel so wenig wer weiß könnt ihr mal eine Zahl reinschreiben dann erzähl ich es euch das stimmt das stimmt Wasserstoff wird von der Europäischen Union unterstützt das ist äh genau das ist das nämlich das Thema ähm ja wir schweifen hier komplett von Krypto ab fällt mir gerade ein es tut mir echt leid ähm aber ich glaube das Hauptthema habt ihr ja gesehen und für alle die es im Nachtrag jemanden zeigen wollen wenn ihr live dabei seid seht ihr es natürlich schon ähm ich mach dann Timesteps noch rein und dann könnt ihr euch alles wunderbar anschauen übrigens wenn ihr das Video im Nachtrag seht also wirklich paar Minuten nachdem es hier aufgenommen wurde und wollt das jemand zeigen oder so und ihr seht das alles so ziemlich verpixelt und so verschwommen das tut mir wirklich leid ich kann dafür nämlich nichts das ist ja das ist richtig fies Jascha ne das ist richtig fies Jascha entweder hast du gerade gegoogelt oder wusstest es ja es sind 80% sind 80% Energie die im Verbrenner wirklich verschwendet wird das muss man sich mal weg tun ähm wirklich 80% ähm wird verschwendet und das ist krass und deswegen ist ein Elektroauto effizienter ob es besser ist das ist ja das wo man darüber sich streiten kann aber es ist definitiv effizienter und das ist ja auch das wo wir es erwerben ja warum ihr das immer so verpixelt seht wenn ihr das hier so nach dem Livestream vielleicht seht ich kann dafür leider nichts der Livestream das ist wirklich krass bleibt hier wirklich ähm 8 Stunden braucht ihr um von von YouTube selber in der SD und HD Version verbraucht zu werden und das ist heftig also ja ich weiß nicht ob es an der Momenten liegt also wer da neue dabei ist abonnieren abonnieren helft uns und ja ich schwöre bei Gott ich habe geraten ja Jascha übrigens Jascha unser CEO Jakob ähm auch immer interessant also wie gesagt Kryptonauten nochmal kurz an der Stelle bin ich ich wir sind ein Team und äh die Kryptonauten ist nur ein Teil von uns Community und YouTube und ich bin halt der auf dem die Würfel gefallen sind ne also ich saß da wirklich wer kann programmieren äh 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 kannst du programmieren Stefan ne wer kann Grafikdesign äh 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 wer kannst du Grafikdesign ne ne was kannst du eigentlich äh äh ich kann reden äh dann mach doch YouTube ne äh ich schwöre bei Gott ich habe geraten Jakob äh äh beziehungsweise Jascha äh äh ja dann hast du sehr gut geraten es sind wirklich 80 bis also 75 bis 80 Prozent aber die meisten gehen wirklich von 80 Prozent Energieverschwendung aus die ein Benziner hat und das ist krass wer macht denn Daytrading in Krypto ähm also ich kann dir sagen ich mach kein Daytrading ich hab mal eine Weile getradet ich kann jetzt mal weil das Thema aufkommt weil du das ansprichst äh ich guck mal ob ich mich mal kurz einloggen kann weil ich hab das eh schon mal vorgehabt also Thema Trading möchte ich gern was zu sagen wenn ich mich einloggen kann ich weiß jetzt grad meine Daten ehrlich gesagt nicht ich glaub das war so ähm ja ähm wenn ich mich einloggen kann dann zeig ich es sehr gerne ähm aber wie gesagt ich bin mir grad nicht sicher ob ich die jetzt grad im Kopf hab weil beim Traden beziehungsweise bei so Plattformen nutze ich schon mal gerne etwas kompliziertere Passwörter ja da steht schon Sign In nicht möglich ha ne hier muss ich agree ja Treppenstufen muss man hier noch so ein blödes Ding machen also ich Daytrading nicht mein Trading ist äh super gelaufen super super das ist richtig super ich hab getradet kurz vor dem letzten März also jeder der weiß was im März passiert ist ja also traden hab ich mir richtig die Finger verbrannt und ich hab mir noch geschworen ich zeig es mal im Livestream aber wusste ich schon fast ich komm hier nämlich nicht rein ähm muss ich nochmal mit Passwort fragen das ist ja das was äh was äh was äh Julian in also Julian Hosp in unseren äh in seiner Vorstellung gesagt hat stellt euch mal vor jeder von uns müsste seine Passwörter wirklich äh seine Passwörter ähm äh im Kopf haben und kontrollieren also ihr wisst alle wie es ist oh ich werd hier mal warm ihr seid äh ja Stefan ist ein Garant für gute Unterhaltung gepaart mit wertvollen Info ich hab immer gesagt äh ich gebe alle Infos die ich hab gebe ich gerne an euch weiter alles was ich sagen darf ne manches darf man ja auch noch nicht sagen weil es intern ist oder äh geheim an jemandem erzählt wurde gebe ich euch gerne weiter und Garant für gute Unterhaltung ProSieben wollte mich nicht als Stefan Raab Nachfolger deswegen sitze ich jetzt hier nein Spaß worauf wollte ich hinaus so jetzt hab ich vergessen was ich sagen wollte läuft bei mir was hab ich denn gesagt ich weiß gar nicht mehr ja Trading ist bei mir schief gelaufen ich soll irgendwas sagen ich weiß nicht mehr tut mir leid ich bin raus ach ich muss was trinken hier wird's schon wieder warm ich hab die Heizung nicht wirklich hochgestellt wirklich naja also wie gesagt wenn ihr noch was habt ich hab so noch circa 5 Minuten dann haben wir noch einen Termin ähm wenn ihr was habt haut gerne raus und wie gesagt Infos ich geb euch gerne alles was ich weiß ich kann euch noch kurz weil ich gesehen hab es sind noch mal ein paar reingekommen ich zeig euch noch mal kurz den Browser zeig euch hier den wenn er kommt da kommt er den Registrationskanal oder wie auch immer heißt komisches Wort ähm und hier halt diese Linien im Prinzip wir sind ja jetzt haben uns jetzt gedreht also im Prinzip haben wir jetzt hier eine ja ist doch richtig eine rote Linie und die grüne Linie müssen wir jetzt wieder weiß machen und dann machen wir auch der hier machen wir eine grüne ne quatsch ist doch falsch ach Mensch eine rote Linie wo drüber müssen und eine grüne wo wir nicht drunter fallen wollen Support und Widerstand Bitcoin gerät gerade ab ja wir sehen es also vor dem Livestream waren wir ja unter den 44.000 und jetzt sind wir schon wieder drüber sehr sehr interessant hab drei YouTube erkannt also ergo hast du drei Abos von mir vielen vielen Dank somit jetzt doch Hodler also wirklich ich kann ja dazu sagen also ich lasse das Bild mal gerade drauf weil da gerade noch ein paar reingekommen sind ähm ich bin eigentlich die ganze Zeit Hodler nur wirklich die ganze Zeit Hodler aber ähm da kann ich euch wirklich sagen oder so die Wahrheit sagen also gibt's die Vergangenheit ist passiert und man kann sie nicht ändern sag ich immer ähm ich hab wir haben mal so ein äh Problem gehabt dass ein Admin bei uns also diese Probleme ne das war mal das wird so nie wieder kommen jetzt ist unser Team so ausgebaut dass wir sowas nicht mehr haben wir hatten wirklich mal jemanden der hat uns äh auf einem Trading Bot ein Telegram Trading Bot Riesenfehler an dieser Stelle wenn einer sowas hat Telegram Trading Bot guckt dass ihr alles so schnell wie möglich raushaut wenn ihr sowas nutzt holt alles so schnell wie möglich raus riesen riesen Fehler und da haben wir halt mal ein paar Euro investiert und also mit ein paar Leuten ähm und da ist leider viel schief gelaufen das war so so ein Ding läuft immer schief kriegst 2-3 mal kriegst du da deine paar Prozent wieder und danach ist das Ding tot oder wenn du ganz früh dabei bist bist du etwas früher dabei äh äh Donch Coin Donch Chain Kanal äh ne das ist der Bitcoin äh weiß ich gerade nicht Donch Chain hab ich gerade irgendwie weiß gerade nicht was du meinst aber ich denke mal äh du meinst Dogecoin oder Doge Chain ne das ist der Bitcoin Kanal ähm wie gesagt das ist ein Registrations Re ach hier liest doch selber Registrationstranal Entschuldigung Registrationstrend und äh der ist hier schön eingezeichnet der ist wenn wir mal kurz noch einmal noch kurz zeigen für alle die neu reingekommen sind der ist wirklich seit dem 1. November bei 12.000 ist der eingezeichnet worden von den lieben Martin nochmal lieben Dank Martin falls du mittlerweile auch hier mit dabei bist ich weiß du brauchst das ja ein bisschen länger kenn die Problematik mit den Kindern ähm wie gesagt der ist wunderbar getroffen ihr seht hier nur einmal kurz drunter zweimal schon drüber sehr geiler Kanal und diese zwei Linien sind Trendlinien die ich eingezeichnet hab ähm grüne war super die rote müssen wir mal gucken was damit ist ähm richtig schöner Kanal also top wenn den einer nachzeichnen will 1. November anfangen äh mit 12.000 und dann bis jetzt hier oben zum aktuellen Kurs und dann hast du den ganz ganz einfach Donchain Channel nennt man das so okay wenn man das so ach das ist ein Tool ähm ne also sag mir jetzt nichts ich kenn auch nicht Tradingview hat so viel ähm das ist manchmal da blickst du gar nicht durch was die alles haben die haben ja wirklich alles ne also von allem hier bis allem wahrscheinlich hier an der Seite ja wie gesagt sehr interessant und was wollte ich jetzt sagen ich bin schon wieder raus oh man heute ist äh ja das ist wenn man den Chat offen hat deswegen und deswegen habe ich ganz ehrlich wenn ich meinen Vortrag im Vortrag in Anführungszeichen halte wenn ich mir mein Thema raussuche und sag dann so bis 5 Minuten kommt ihr rein dann Begrüßung dann Hallo und so weiter deswegen lese ich den Chat dann wirklich nicht ich meine jetzt ist das Mikrofon behoben äh Mikrofon Problem behoben wie ihr ja merkt und jetzt sollte auch keiner mehr äh 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 sollte mein Mikrofon nicht ausfallen und Leute sagen äh hier Mikro 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 das Thema ist jetzt durch und deswegen kann ich nur sagen hier weg machen ähm ähm das ganze ist behoben deswegen lese ich den Chat nicht in meinem Ding weil ich sonst wirklich abgebrochen werde also unter von mir selber ne ich lese dann was und dann ja würde es cool finden wenn Satoshi auftaucht und einfach mal Hallo sagt ja das Problem ist äh wenn Satoshi auftaucht ist die Gefahr natürlich auch ganz groß dass seine 1,25 Millionen Bitcoin bewegt werden und das ähm wird auch oft ähm als Kritik an den Bitcoin angebracht übrigens ich seh grad auf der Uhr ich muss mich ein bisschen sputten also wenn ihr noch was habt jetzt schnell noch ne Frage sonst bin ich nämlich gleich wieder weg aber hab ja auch genug geredet so ist ja nicht ähm wenn Satoshi jetzt auftaucht ist halt die Gefahr groß dass er seine Bitcoins bewegt und das könnte natürlich den Preis nicht so schön weil je nachdem wo er sie hin bewegt könnten sie halt auch verkauft werden aber da glaubt natürlich keiner dran ja also ich hoffe ihr konntet damit was anfangen wie gesagt der USP ich sag dir noch mal ganz kurz weil hier einige reinkommen sind ähm schaut euch den MACD und den RSI relative Stärkeindex im Wochenchart an und spätestens dann wird jeder erkennen wir sind in einer gesunden Abkühlung und nicht in einer krassen Bärenmarktphase oder in einem krassen Blutbad Frage zu Bitpanda wenn erlaubt Bitpanda sehr gute Börse darf ich kann ich nicht schlechtes drüber zu sagen deswegen natürlich erlaubt glaubt ihr dass den Best auch auch anderen Börsenlisten werden ne also äh da glaub ich definitiv nicht dran es ist ja der Bitpanda ähm Security Token ne ist das richtig was ich sage ich glaub ja ähm ich glaub würde mich sehr wundern wenn der woanders gelistet wird weil er ist ja der der bei Bitpanda selber ähm für Rabatte sorgt und ja macht er noch für Rabatte sorgt tut er Sorgen und ja für und du kannst ihn halt benutzen als Gebühren sparen ne oder zum Gebühren bezahlen also deswegen glaub ich eher weniger so wir haben 21.15 Uhr wir haben jetzt noch einen Termin ähm liebe Freunde aus dem Chat liebe Kryptonauten liebe Zuschauer ähm ihr solltet vielleicht auch mal auf mich zeigen wenn ich euch was erzähle an euch richte ähm ich hoffe ihr konntet daraus was lernen und ich hoffe ihr habt sowas im Blick weil diese Indikatoren MACD und RSI sind wirklich sehr sehr interessant und ich kann die jedem nur empfehlen und im Wochenchart wie gesagt mal einfach mal aus dem Tellerrand die meisten haben ja den Stundenchart den 4 Stundenchart mal aus dem Tellerrand das ganze mal wirklich groß ziehen und auch vielleicht mal 2017 mit jetzt vergleichen auch ein kleiner Tipp dann werdet ihr sehen sowas so eine Korrektur ich zeichne die noch Korrektur ähm ich geh mal kurz dahin wie viel von was reden wir aktuell eigentlich von 22,9% 23 ist gesund und tut dem Mark gut spätestens der hier jetzt den RSI gesehen hat oder euch in der Wochenchart nachschaut seht dass das vielleicht sogar nötig war weil erst wenn der wieder etwas runter geht können wir wieder neue Fahrt aufnehmen und er wird im neutralen Bereich oder im leicht überkauften Bereich bleiben weil er war schon wirklich sehr hoch ich glaube der Höchststand habe ich vorhin noch geguckt 95 100 ist wirklich so ein krasser übrigens ähm ja deswegen würde ich sagen in diesem Sinne ähm ja kam noch eine Frage noch eine Frage wie siehst du die Zukunft von ETH wo steht er am Ende des Jahres ja es tut mir sehr leid und hallo du hast ja hallo geschrieben Hallihallo an dich ähm tut mir sehr leid gehe ich gern beim nächsten Mal drauf ein ist jetzt das würde wirklich den Rahmen sprengen ich habe jetzt nämlich noch einen Termin ich kann die Jungs nicht warten lassen dann kriege ich Ärger ähm gehe ich beim nächsten Mal drauf ein können wir gern mal drüber sprechen aber das würde jetzt den Rahmen sprengen in diesem Sinne ich danke euch fürs Zusehen denkt ans Liken abonnieren würde mich sehr freuen für alle neuen die hier vielleicht auch zusehen und alle neuen Abonnenten schaut euch gern das Video an wer oder was ist Kryptonauten weil da werdet ihr erfahren dass ich nicht Kryptonauten bin sondern nur der der für die Kryptonauten vor der Kamera steht und das ganze sehr sehr gerne macht wenn schon ProSieben nicht sagt dass ich der neue Stefan Raab werde dann für die Kryptonauten sehr gerne ich wünsche euch einen schönen Abend und morgen einen schönen Wochenstart vielen lieben Dank fürs Zusehen ähm und damit in diesem Sinne einen ja wunderschönen Abend habe ich gesagt und dann noch eine gute Nacht Ciao Ciao